Jetzt grad mal egal. Rein da. Okay. Okay, ein Trank. Kein Pilzchen. Na, vielleicht ging mal hierhin auch irgendwie was. Es sind auch keine One-Ups mehr versteckt oder so. Das Spiel wird immer böser. Das nehm ich mal mit. Boah. Ähm. Wie soll das bitte funktionieren? Kommen wir jetzt hier nochmal? Ja. Ja. Äh, äh. Bitte was? Seid ihr des Wahnsinns? Ach so. Aber wenn die runterfallen, ne? Höchstwahrscheinlich. Ach du Scheiße, ey. Habt sie doch nicht mehr alle. Doch, es geht wohle. Ich muss nur einmal Fliegen. Fliegen. Fliegen ist einfacher. Oh. Okay, ich hab's richtige genommen. Oh, kein... Oh, one up. Thank you. Boah, stell dir das mal vor mit Mario oder mit anderen Charakteren. Ich würde hier total kaputt gehen. Alter. Okay. Ein Trank. Hm. Oben wäre ein Pilz. Holst man die denn da runter? Gar nicht. Oh. Guten Tag. Oh, hallo. Möchtest du auch, äh, Eier schießen? Nicht. Ah. Gut. Komm mal her. Fuck. Konnte ich denn nicht da oben drauf stehen? Doch. Komm mal her. Stell dich mal hier. Dankeschön. Ist hier noch einer? Nee. Schade. Ja, ich muss da... Ich muss den wahrscheinlich schmeißen. Das ist besser, weil dann knallt er durch den durch. Bäh. Toll. Kommst du mal hier hin, bitte? Weg deinen Fettarsch hier hin, du dummes Vieh. Weg deinen Fettarsch. Weg deinen Fettarsch. Weg deinen Fettarsch. 2 2 Drecksvieh, ey Fullball! Mach auf! So! Oh, neuen Münzen! Ich muss mal grad gucken, wie viel Speicher platz ich noch auf der Festplatte hab. 200 GB, dat ist gut, dat reicht noch. Ähm... So... Jetzt muss ich wieder meine Augen anstrengen. Hm... Na, ich hab keine Geduld! Naja... Ein Leben! Hm... Es geht nicht mehr, ich kann mich einfach nicht mehr konzentrieren da drauf. Beziehungsweise meine Augen sind schon total zerfickt, weil ich schon seit Stunde 50 aufnehme. Ein kleiner Pixel-Grafik. Okay... Wie? Hm... Hm... Was seid ihr denn für welche? mal anstehen? Ich hab keine Schleifung für heute. Aber jetzt ist das schon von mir da drauf. Wie? Na ja, wie? Ja, das ist heute. Wie? 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 hier. Also da bin ich auf jeden Fall hinten. Ist wahrscheinlich wieder nur eine Shell. Aber ich finde das immer lustig, wie hier drinne Smileys sind. Oh, eine Bombe. Geht das jetzt da unten kaputt? Oh. Ein Trank. Ich nehme ja mal mit nach oben. Das geht bestimmt. Ja. Oh, ich bin so... Ich bin so... Okay. Das war mir wichtiger als die eine Münze, die da oben noch war. Weg damit! Das eine hier nehme ich mit. War ganz gut, dass ich es mitgenommen habe. Äh. Ich würde schon sagen, man kann sich bestimmt auf die Dinger draufstellen. Ja. Da... Da wollte ich zu viel. Aber ich habe doch jetzt noch bitte meine drei Leben-Dinger. Ja. Hier oben war nichts, ne? Oh, geil. Triple Kill. Ein Herzchen. Ja. Das war. Ach genau, hier musste man sich drauf stellen. Diese Bob-Bombs oder wie die Teile heißen, geh mir voll auf den Sack, weil die so schnell explodieren. Ganz schlimme Welt hier. Ja, der schießt nur nach oben, ne? Ist gut. So. Weg. So. Stirb. Ein Power-Block. Benutze ich direkt hier. Dankeschön. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Möchte ich hier sein? Ich dachte grad, das wäre eine fliegende Schnecke. Oh Gott. Kommt jetzt aber nicht mit, ne? Okay. Ah! Okay, ich hab ja noch einigermaßen viele Leben. Ich weiß, dass jetzt ein Sturz nach unten kommt. Wie bei Megaman. Oh Gott. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie der aussah. Sonst hätte ich mir den jetzt mal angeguckt, aber ich glaub, das war's schon. Ich nehm den Power-Block mal. Kann ich nie mitnehmen. Ah, okay. Ich hör schon wieder Boss-Musik. Hallo! Genau. Schießt du mal von da. Ich glaub mir das dann hier mal. Drecksvieh. Schön immer aus dem Bild rausnehmen. Setzte Trick! Fick dich! So, dieser komische Fisch da. Gibt's denn noch mehrere oder was? Ne, nur einer noch. Also, nur das Dingstürchen. Okay. Puh. Da hab ich mich grad etwas verdrückt. Aber nun gut. Mit Peach geht's weiter. Welt 5-3. Äh, äh. Das heißt, wir haben gleich wieder einen Boss. Äh. Einen Trank. Fuck, Alter. Münzen. Ist gut. Wahrscheinlich können wir nur mit so nem ollen Fliegel-Teil... Ähm, man kann's auch übertreiben, ne? So leicht. Leicht. Leicht kann man's übertreiben. Oh. Komm! Letzt noch! Yes! Letzte hat noch gezählt. Eine Uhr. Ein Riesenbaum. Ist sehr rot. Bei mir auf dem Bildschirm. Fast schon augenkrebserregend. Aber das ist bei euch, glaub ich, nicht so extra extrem. Fickt euch doch alle mal ins Knie. Bitte. Nehm' ich mit. Nehm' ich mit. Ein Trank. Ach. Nee-i-i-i-i-iii-i-i-i-i-i-i-i... Naja, komm ich jetzt nicht hin. Die Frage ist, will ich das aufmachen? Ja, das war die Frage. Will ich das aufmachen? So, ich mache jetzt hier mal auf Pause. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass meine Dateien hier jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund abschmieren oder so. Deswegen sehen wir uns jetzt gleich wieder. Und ja, ich mache auch keine Pause oder so. Einfach nur eine neue Datei. Bis gleich.